Dann legen wir jetzt weiter mit der zweiten Runde zum Thema WordPress Security oder WordPress Sicherheit, wie auch immer. Spielt so ein bisschen auch in das Thema vom Vorgänger mit rein, weil Thema Themes und so weiter ist immer auch ein sicherheitsrelevantes Thema, gerade wenn das Theme entsprechend umfangreich ist und entsprechend viele Plugins mitbringt, dann macht es immer Sinn, sich um das Thema Sicherheit dann auch zu kümmern. Kurz zu meiner kurzen Agenda, also ich wollte kurz die aktuelle Lage mal aufzeigen und ein bisschen so die Motivation für den ganzen Lightning Talk begründen damit. Dann eben kurz aufzeigen, wie man am besten automatische Updates eben fährt, ohne eben die Sicherheit zu weit einzuschränken und eben dann einen kurzen Anriss zum Thema Zugriffsbeschränkung eben auf den üblichen Web-Server-Systemen, in dem Fall eben Patsche kurz aufzeigen. Die aktuelle Lage, also warum ist es überhaupt interessant, sich mit dem Thema Sicherheit zu beschäftigen? WordPress kommt auf 26% aller Internetseiten zum Einsatz, so zumindest eine Zahl, die von 4LW3Tags veröffentlicht wurde. Es ist oftmals so, dass WordPress mit HTTPS natürlich das Backend deutlich besser abgesichert wäre. Wenn man das nicht macht, ist zum Beispiel das Problem, geradezu wie hier, man hat ein schönes öffentliches WLAN und hat dann aber das Problem, wenn jemand eben den ganzen Traffic mitschneidet, kann es eben dazu kommen, dass man eben entsprechende Benutzername und Passwort dann an seinen Angreifer mit übergibt. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, eben das Backend, das WP-Admin eben mit einem SSL-Zertifikat über HTTPS abzusichern. Auch gern genommen ist immer mit einem Standard-Installer, gerade wie AllIncle und Co. eben anbieten, da gibt es dann immer den gleichen Benutzernamen, das ist dann sowas wie WP-Admin und wenn man dann noch aus Bequemlichkeit überall das gleiche oder ein sehr einfaches Passwort verwendet, ist auch das potenziell immer gefährlich. Und eben, wie gerade angesprochen schon, wenn einfach zu viele Plug-Ins und vor allen Dingen zu unterschiedlichen Plug-Ins, die eben alle irgendwelche Lücken aufreißen können, wenn man die integriert hat, ist es auch nicht ganz problematisch. Aktuell, gerade in vielen Büros wahrscheinlich auch schon mal Thema gewesen, oder es hat zumindest schon mal irgendwie aufgekommen, das Thema Ransomware, also die schöne Erpresser-Waage, wo halt jemand wieder ein Word-Dokument geöffnet hat, Word dann fragt, da ist ein Makro drin, willst du es wirklich öffnen? Und dann kommt halt sowas wie, jo, will ich. Und dann heißt es danach, so jetzt haben wir irgendwie alle Dateien Punkt Glocki oder Punkt sonst irgendwelche Dateiendungen und dann gibt es hoffentlich ein Backup von der IT oder die IT hat ein Problem, beziehungsweise derjenige hat auch eins. Das Ganze gibt es mittlerweile auch schon in einer coolen Version, nämlich dass es auch auf Webseuern funktioniert. Also dann sind nicht nur die heimischen Daten eben verschlüsselt, sondern wenn es gut läuft oder wenn es in dem Fall schlecht läuft, ist auch der Webseufer selber betroffen. Das heißt, dann sind auch irgendwelche Datenbanken, Dateien, irgendwelche Skripte betroffen. Und dann kriegt man diesen netten Hinweisbildschirm, wo es dann eben heißt, du kannst das Geld zahlen. Dann kriegst du unter Umständen, wenn es gut läuft, deine Daten wieder zurück. Oder wenn du es irgendwie falsch machst, dann sind die Daten halt weg. Zum Beispiel dieser CTP-Locker heißt das Ganze. Das ist eben schön aufgelistet, was er dann eben alles verschlüsselt und mit welchem super sicheren Verschlüsselungsalgorithmus. Das Problem ist aktuell, man kann die Daten noch nicht wiederherstellen. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Wiederherstellungstool, dann kommt man vielleicht wieder dran. Aber in dem Fall absolut wichtig ist halt einfach ein regelmäßiges Backup zu machen, weil nur dann hat man die Daten am besten abgekapselt irgendwo eben sicher und kann sie eben im Notfall wiederherstellen. Auch interessant ist der aktuelle Fall Panama Papers & Co., also der Fall Mossack von Secker. Hier ist das Problem, die hatten auf ihrer Hauptseite oder haben auf ihrer Hauptseite zumindest bis vor ein paar Tagen noch eine Workforce-Installation gehabt und die hatte zwei gefährliche Plugins. Zum einen ein Revolution Slider in der Version 2.1.7, weil man dazu sagen muss, der Revolution Slider war bis zur Version 3.095, glaube ich, angreifbar und scheinbar ist da länger nicht mehr aktualisiert worden und dementsprechend war es dann möglich. Also ich habe auf der Seite, die unten eingeblendet ist, kann man sich so ein Video anschauen, wie man sich über das Plugin eigentlich bequemen Zugriff zum Webster verschaffen kann. Ob jetzt das Ganze eigentlich dazu geführt hat, dass da irgendwelche Dokumente veröffentlicht wurden durch diesen Hack, das kann man nicht genau sagen, aber es sind auf jeden Fall mit dem Plugin und auch mit dem WP-SMTP-Plugin zwei Einfallstore geschaffen wurden, wo man eben Zugriffsdaten definitiv abgreifen kann und wo man auch Zugriff zum Web-Server bekommen kann. Was ist so jetzt die Schlussfolgerung aus dem Ganzen? Also natürlich immer die Gefahr durch veraltete Plugins. Also wenn man feststellt, hey, ich habe jetzt ein Plugin im Einsatz, das ist jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert worden, dann macht es definitiv Sinn, sich da nach einem neuen Plugin umzuschauen, weil ein Plugin, was keine Updates mehr kriegt, ist früher oder später immer mal ein Einfalltor für irgendwelche Angriffe und gerade wenn das Plugin irgendwelche Zugriffsdaten, wie jetzt eben für einen SMTP-Server oder für andere Dienste verwaltet, sollte man da auf jeden Fall drauf schauen. Auch eben wichtig, dass man regelmäßig WordPress-Updates installiert, die Security-Fixes installiert und eben, wie gesagt, die nicht mehr gepflegten Plugins auf Dauer entfernt. Wie löse ich das ganze Problem? Also mit automatischen Updates. Das Problem ist, WordPress selber, der Core und die Plugins, wie gesagt, eben regelmäßig aktualisieren, das kann WordPress eigentlich selber. Mit dem Problem allerdings, dass, wenn man WordPress sich automatisch aktualisieren lässt, muss man es entweder so lösen, dass man ihm relativ viele Schreiberichte einräumt, also dem Web-Server oder eben einen FTP-Zugang eben hinterlegt. Letzteres sollte man sowieso nicht machen, weil FTP irgendwie gefühlt aus den 90er Jahren ist und eigentlich, vor allem in den meisten Fällen ohne SSL und sonst irgendwas daherkommt und deswegen eigentlich keine gute Idee ist. Auch eben gern genommen ist dann sowas wie, ja, ich wollte das Plugin aktualisieren, da bringt er jetzt eine Fehlermeldung. Jetzt habe ich dem Ganzen einfach mal alle Rechte gegeben, also die üblichen 777, was natürlich im ersten Moment super ist, weil das funktioniert ja dann, was aber irgendwann halt doch mal wieder einem irgendwie zurückfallen kann, wo man dann eben merkt, so, ja gut, jetzt habe ich ihm alle Rechte gegeben, jetzt konnte das Plugin, was eine Sicherheitslücke hatte, halt auch alle anderen Daten von meinem Web-Server eben lesen und schreiben oder wie auch immer. Dementsprechend ist es jetzt keine optimale Lösung. Wir haben uns jetzt bei uns überlegt, eben das Ganze eben über die ganze Rechteverwaltung zu machen. Das haben sich ja auch schon mal einige gehört, dass man eben die Rechte natürlich einstellen kann. Die Standardwerte sind meistens für einen Ordner, eben 755 in der Datei 644, was kurz aufgeschlüsselt heißt, bei einer 7 kann ich quasi lesen, schreiben und ausführen. Bei der Stufe oder bei dem Bit 6 kann ich quasi nur lesen und schreiben und bei der 4 eben nur lesen. Was jetzt wiederum heißt, wenn ich das Ganze im Live-System betreibe, sollte ich nach Möglichkeit eben sagen, okay, auf den Ordner muss ich die 755 setzen, sonst kriege ich Probleme beim Web-Server. Auf Dateien reicht es mir meistens, wenn wirklich alle nur lesen können. Also sowohl der Besitzer als auch der Web-Server selber reicht es für die Produktivumgebung eigentlich aus, mit Ausnahme von zwei Orten. Da komme ich später noch dazu. Im Update-Modus schalte ich dann vorübergehend einfach mal alles auf lesen und schreiben. Das kann ich im Prinzip machen. Das kann ich zwar auch noch einschränken, aber im Prinzip reicht es, weil es ja wirklich nur für einen ganz kurzen Moment ist. Und kann dann eben sagen, nur für die Zeit der Updates werden eben diese Rechte entsprechend gesetzt. Und man könnte es auch noch weitergehen und sagen, passt noch den Benutzer entsprechend an, wobei da eben die meisten Web-Hoster oder vor allem die Shared-Hoster sagen, das erlaube ich dir nicht, beziehungsweise nicht eben über die einfachen Wege, sondern nur über den Web-FTP teilweise. Deswegen erstmal nur der Schritt eins, ich setze die Rechte. Generell gibt es das bei ungefähr allen großen Shared-Hostern, also zum Beispiel eben All-Incle, Domain-Factory, Strato. Noch einfacher ist natürlich, wenn man den Server selber verwaltet, dann hat man einfach alles in der Hand und hat einfach mehr Möglichkeiten noch. Da bietet es sich dann eben an, über Cronjobs oder eben über Jenkins, also über ein Continuous Integration System zu machen. Mein Ansatz also der, ich sage für den Update-Modus, setze ich einfach mal alle Lese- und Schreibrechte, sobald ich dann, Entschuldigung, das war jetzt zu schnell, jetzt. Sobald ich dann im Live-Modus bin, setze ich die Rechte eben so wie vorher angesprochen, plus ich räume eben in den Uploads-Ordner und in den Cache-Ordner eben entsprechend mehr Rechte ein. Einfach damit ich eben Dateien problemlos hochladen kann, also gerade eben Bilddateien, dass ich eben nicht extra dafür in diesen Wartungsmodus schalten muss. Das Ganze kann ich dann ausführen, indem ich mit der VP-CLI arbeite, das ist also ein Command-Line-Interface für WordPress, das eben mir erlaubt, den Core zu aktualisieren, die Plugins und die Streams zu aktualisieren und dadurch muss ich dann nicht zwingend mich in meinen Frontend einloggen, sondern kann das eigentlich über die Konsole oder eben über ein entsprechendes Shell-Script daneben machen. Wenn ich dann alles ganz toll aktualisiert habe, kann ich gleich mal mit WP-Scan noch einen Sicherheitscheck laufen lassen. Das habe ich bei der letzten WordCamp mitgenommen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das eigentlich ein echt praktisches Tool ist, um einfach mal schnell seine Installation zu checken. Der überprüft die Version und schaut eben nach, ob es entsprechend dafür vorliegende Sicherheitsmenge gibt und ob es eben generell ein Update gibt, wo man eben sieht, okay, ich habe jetzt die Version 2.0.7 und mittlerweile gibt es die 3.0, also sollte ich wieder mal aktualisieren. Genau, wenn ich das dann gemacht habe, sollte ich noch den nächsten Punkt gehen und meine Zugriffsrechte generell im Web-Server noch ein bisschen beschränken. Das betrifft vor allem, was ich immer wieder mal auch gesehen habe, dass eben Leute ein Apache hernehmen und dann aber die Unterverzeichnisse praktisch listbar machen. Das verhindern manche Installationen, indem sie einfach leere Dateien anlegen, dass einfach dann nichts angezeigt wird. Im ungünstigeren Fall wird aber wirklich, dass der komplette Ordner aufgelistet und welche einzelnen Dateien dann drin liegen, was natürlich nicht so toll ist, weil dann sind vielleicht auch Dateien drin, die man nicht unbedingt lesen soll als Benutzer. Generell kann ich dann auch einschränken, ich erlaube eben den Systemzugriff nur auf bestimmte Dateien, also eben auf PDF-Dateien, auf JPEGs und so weiter. Auch damit kann ich wieder verhindern, dass eben PHP-Dateien direkt aufgerufen werden können. Ich sollte generell meinen WP-Admin-Login schützen, weil auch das ist immer ein potenzielles Einfallstor, wenn ich eben dann doch irgendwo eine Sicherheitslücke habe, kann ich somit zumindest verhindern, dass derjenige halt ins Backend reinkommt. Und dann würde ich eben auch noch gleich die Includes-Ordner mit schützen, dass da eben auch von da aus eben keine externen Zugriffe drauf erfolgen können. Also auch da, dass der Benutzer einfach, wenn er das Verzeichnis aufruft, einfach eine Fehlerseite kriegt, beziehungsweise verbinden und halt einfach sieht. Und letzten Endes würde ich halt auch noch den Zugriff auf die WP-Config blockieren, weil auch die Datei sollte nach Möglichkeit nicht aufgerufen werden, auch wenn natürlich eigentlich nichts drin ist, was die Datei quasi darstellbar macht, aber trotzdem kann man ja wieder über diverse Vorkenmerungen dann vielleicht sich doch Zugriff zu der Datei dann verschaffen. Eine HTX-Datei braucht man eigentlich generell nicht aufrufen, die würde ich per C eben auch blockieren. Gut, nochmal grob zusammengefasst. Also insgesamt sollte ich meinem Web-Server möglichst wenig Rechte geben, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich sollte das Thema Updatebarkeit eben möglichst, ja, beide Seiten betrachten. Also auf der einen Seite natürlich, je besser ich mein System update, desto sicherer sollte es werden, weil zumindest Sicherheitslücken geschlossen werden. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Automatisierung immer auch irgendwie kritisch, weil auch da kann natürlich, können sich erstens Fehler einschleusen, es können sich neue Sicherheitslücken einschleusen. Also man muss einfach überlegen, was einem oder was für einen selber so der richtige Weg ist. Aber generell, gerade die Core-Updates kann man ja in den meisten Fällen eigentlich gut fahren. Auch da kann es natürlich passieren, dass irgendwie ein Theme sich damit irgendwie, wenn es schlecht programmiert ist, dann irgendwie Probleme macht, aber in den meisten Fällen läuft es dann eigentlich nicht. Regelmäßig Backups erstellen, vor allen Dingen eben auch externe Backups und eben Datenbanken auch einfach mal eine komplette Sicherung abspeichern, weil es ist halt doch immer wieder schlecht, wenn man dann am Ende feststellt, jetzt ist da gestern was passiert und man hat leider das letzte Backup vor über einem halben Jahr gemacht und da hat man jetzt aber so viel Zeit und Herzblut reingesteckt in seine schönen Beiträge und die sind halt jetzt alle weg. Und eben, wie vorher schon angesprochen, wichtig, wirklich veraltete Plugins zu aktualisieren. Ich habe mir auch irgendwann mal durchgeschaut und dann festgestellt, die kriegen bei Workpress dann auch irgendwann schon so eine gewarnung. Achtung, das Plugin ist schon seit über einem Jahr, glaube ich, nicht mehr aktualisiert worden. Such doch mal nach was Neuem. Und meistens gibt es immer für alles irgendwie einen Ersatz und dann sollte ich mir lieber mal eine schöne Alternative raussuchen. Genau, das wäre es von meiner Seite. Fragen und Anregungen gerne. Ja, die ist. Sollte es sogar gehen, wenn das bei Slideshare funktioniert, dass ich den Link ab genau halb zwei verfügbar mache. Sonst noch irgendwelche Erfahrungen, die schon mal in dem Bereich gemacht wurden? Traut sich jetzt keiner. Ja, es gibt vor allem auch genug Tutorials, die es auch für alle möglichen Webserver beschreiben. Ja. Ja, man merkt selbst auf kleinen privaten Seiten eigentlich schon relativ schnell, dass wenn man da eben mal einen Riegel verschiebt, dass dann eben alle möglichen Login-Versuche mit WP-Admin und allen möglichen Vornamen-Kombinationen dann eigentlich sehr schnell halt komplett wegbleiben. Ja, ich habe jetzt gesagt, dem Upload-Ordner gebe ich halt entsprechend mehr Rechte, dass man eben als Benutzer auch drin schreiben kann. Nochmal. Ne, das hatte ich. Also das... Moment. Ah, genau. Ah, genau. Und hier ist halt statt dem T müsste da noch... Ne, passt genau. Falls. Ja. Also 6, 4, 4. Dass ich quasi schreiben kann... Ich habe es eigentlich auch schon mal ausprobiert. Das hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert, weil ich habe versucht, die Rechte noch ein bisschen weiter runterzuschrauben. Irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo der Webserver gesagt hat, okay, ich kann das Ganze verzeichnen, jetzt nicht mehr lesen. Das war immer ein bisschen zu viel des Guten dann. Und eben noch besser ist halt eigentlich, wenn man das über den Benutzer macht, dass man eben auch wirklich den Benutzer eben spezifisch eben setzt, wenn man eben das Ding aktualisiert und danach eben den Benutzer wieder ändert auf den Webserver-Benutzer. Aber das erlauben halt die meisten Shared-Hosting-Anbieter nicht. Ich habe bei All-Incle mal nachgefragt, weil da kann man den Benutzer zum Beispiel generell ändern, aber nur über den Web-FTP. Wenn man das über ein SSH-Script laufen lässt, dann gibt es dieses CH-Own einfach nicht. Und das werden sie wohl auch in Zukunft nicht so schnell implementieren. Deswegen muss man sich dann da an der Stelle ein bisschen behelfen einfach. Ja, das ist ja vor allem auch immer das Problem. Ich meine, wenn wirklich jetzt da serverseitig eine Sicherheitslücke vorliegt, gerade jetzt auch bei All-Incle, glaube ich, bin ich jetzt bei 50 Leuten mit auf dem Server oder sowas. Da gibt es immer so Zahlen, je nachdem, wie viel man dafür zahlt, desto weniger Leute werden es dann auf dem Server. Aber auch da ist es natürlich so, wenn jetzt ein anderer Nutzer irgendwie eine Sicherheitslücke hat oder generell eben der ganze Web-Server irgendwie betroffen ist, dann bin ich immer da mit drin. Da bin ich natürlich wirklich nur dann raus, wenn ich mit dem Server bei mir irgendwie hinstelle oder ins Rechenzentrum stelle, dann kann ich das verhindern. Aber letzten Endes ist das Shared-Hosting immer so eine Sache. Es ist halt eine günstige Möglichkeit, quasi eine gute Web-Präsenz eben aufzeigen zu können, wenn ich wirklich das Ding perfekt sicher durchziehen will, dann muss ich es selber in die Hand nehmen. Da kommt halt die Frage rein, zum Beispiel habe ich tatsächlich das Bedürfnis, weil ich vielleicht Pro-Commerce-Job betreibe, wo Bund-Daten drin wird oder so? Also müsste man selber... Ja, ja, eben. Das muss man einfach dann abwägen, wo man sagt, okay, da sind jetzt wirklich solche Daten auf dem Web-Server drauf, die einfach auf gar keinen Fall irgendwie in Umlauf kommen sollten. Wenn ich jetzt, wenn das jetzt mal ein privater Blog ist, wo ich irgendwelche Fotos hochlade, dann ist so Kategorie, ja gut, dann ist es mein Pech. Aber klar, sobald irgendwelche Daten von Dritten mit involviert sind, sollte man auf jeden Fall drauf schauen, ja. Gut, damit danke ich mich und dann... Vielen Dank.